Fuck, ich hab irgendwas in meinem Auge. Profi Let's Player. WTF, warum ist da oben Blut? Ah, das ist von da oben nach da unten getraubt. Okay, das hilft mir auch nicht weiter. Da müsste ich irgendwie dieses komische Rätsel lösen. Ich hab keine Ahnung wie wir das machen. Okay, ich hab keine Ahnung warum das geklappt hat, aber anscheinend sollten die Geräusche, die dieses Piano hier macht, die es grad nicht macht, sollten irgendein davon das Passwort 8196 geben. Es ist fast 8156, schade eigentlich. Ich hab keine Ahnung wie man das Rätsel lösen sollte. Ich hab's einfach nachgeguckt, weil ich hab wirklich ne halbe Stunde versucht dieses beschissenen Rätsel zu lösen. Es ging einfach nicht, ich hab keine Ahnung wie das gehen soll. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier in die Tür rein, die grad aufgegangen ist. Wie zu dunkel ist. Okay, hier sind wahrscheinlich ein paar Sachen drin, die wir jetzt gebrauchen können, stimmt's? Da oben ist was. Gut, was ist das hier? Geld. Warum liegt hier Geld? Ihr müsst mal mehr auf euer Geld aufpassen, Freunde. Ihr müsst echt mal mehr auf euer Geld aufpassen. Okay, schauen wir mal. Da komm ich nicht dran. Ja. Ist gut. Zum Glück habe ich die Family dafür. Boom. Die ist doch verdammt langsam gefallen. Ist das ne Papier CD? Was war das? Hallo? Hallo? Okay, ich guck jetzt mal was. Was ist das hier? Aha. Da ist was an der CD dran. Kann ich das nur benutzen? Ich hab Schlüssel bekommen. Artroom Key. Wo ist der Artroom? Der ist glaube ich... Ach nee, der Artroom Key. Sorry? Sorry? Ja? Oh! Oh fuck! Oh, scheiße. Oh nee. Das hat mich schon ein bisschen erschrocken. Voll angenehm. Mit meinen Tür auf und wir schrecken uns nicht, ja? Ja. Ich würde gerne raus. Huh, shit, ey. Okay, ich glaub der Schlüssel ist für... Der Raum unten, der verflucht war. Ne, komische Sachen gehört haben, da wollen wir eigentlich nicht hingehen im Anschein. Machen wir es trotzdem, ey. Wir sind dumm und doof. Oh, nee, ey. Echt nicht so Lust. Oh Gott, das Kind. Ja, ist doch egal. Wir sind aber hier und wir wollen helfen in diesem Geisterhüllen... Teufelshaus. Das heißt, wir wissen nicht, dass die Geister sind. Wissen wir nicht. Ob das nicht mitbekommen. Oh man. Ich weiß nicht, ob mein Auge noch rot ist. Das hat vorhin extrem gejuckt. Ich glaub ich hab irgendwas ins Auge bekommen. Ich weiß noch nicht was. Das war sehr unangenehm. Das heißt, finde ich aus, als ob ich hier ein Junkie wäre. Ja, ich bin Junkie. Ist doch egal. Wie willst du denn jemals was von mich herausfinden, wenn wir nicht reden wollen? Na, komm jetzt sag mal. Wie stellst du dir das vor? Warum haust du ab? Lass mich einfach... Lass mich einfach alleine. Lass mich einfach alleine zurück. Okay, ich hab jetzt nicht gerafft, was mit dem Telefon sein soll. Egal. Ich dachte, ich hab grad was gehört. Okay. Wie viele Stifte hab ich dabei? Ich glaub sowas würde ich niemals im echten Leben sagen. Hä? Wie viele Stifte hab ich dabei? Egal. Kann ich das speichern? Ich würd gern speichern. Ich würd das gern nicht nochmal machen müssen. Okay, mal los mit das Licht an. Da. Und weil die so mögt? M вопрос. Molo von truc mit demwords Okay, ich glaub es ist ja... da ist ja nix drin. Da... hier was drin das wäre mir ziemlich cool gewesen wenn jetzt wirklich irgendwas drin ich habe mich zu tun der Schocken bin ich tot gewesen das wäre lustig ne 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 okay jetzt sein können anscheinend nicht hier ist der Gange ne ich habe es gar nicht gespeichert na ist egal denn wir schauen jetzt was in dem Arctum drin ist supergeil creepy Arctum auch die fucking Puppen geil was ist das Elektrogerogen okay okay ich glaube es ist ziemlich auf wie es was sie machen müssen sie sein Ding da reinstecken da wird wahrscheinlich Schlüssel drin sein so wie ich dieses Spiel keine wo hier nein das ja jetzt an bitte ich hoffe man da passiert irgendwas ja bitte ich dachte jetzt licht wie ausgegangen das hat mich ein bisschen sauer gemacht ja was bringt mir das jetzt das ding ist creepy okay muss jetzt irgendwo hinstellen oder so ich bin jetzt erstmal die hand hier es ist mir hier ne nei Was passiert irgendwas? Was passiert gerade? Warum ist so ein fucking Babymonster, guys? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was will ich tun? Was will ich machen? Okay, ich glaube nicht. Kann ich mit dir was machen? Oh, ich bin überfordert. Oh, 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 oh. Hier passiert aber nicht wirklich was, ne? Okay, it's a note. Warte, warte, warte. Make the play. Yeah, leave it to try to go. I ever hear the drink. Watchman's room. Oh fuck. Oh fuck. Watchman's room. Wo ist der Watchman's room? Watchman's room, okay. Ich weiß nicht, wo der ist. Finden wir. Hier drin? Nein, hier ist nix. Hey du. Okay, wir müssen irgendeinen Raum finden. fuck ist das komisch, mir gefällt das gar nicht, watchman's room, ich habe keine Ahnung wo Watchman's room ist hier irgendwo vielleicht, nein vielleicht nicht, oben ist oben noch was, ne da ist nix ok das ist sau komisch, das ist sau komisch gerade what the fuck do I do, was muss ich machen, ist hier was, ah, hier rein, stimmt's nein, komm, leg da hin, leg das Ding da hin, hier ist Wasser hallo, machst du bitte hinlegen, hier, drauf, Filz nicht, ne, ok, halt nicht, super dann habe ich keinen Ahm, was du von mir willst, ich habe keinen Ahm, was du von mir willst ok, jetzt irgendwie um, umbauen oder so, habe ich irgendwas anderes dabei aber was mache ich denn damit heat it open when cool, in the fridge when heated again ok, ja, wo ist denn hier ein Kühlschrank, Mensch wo ist denn hier ein Kühlschrank, oh, ich habe keine Ahnung Kühlschrank, aber auf jeden Fall muss ich damit ja was machen, das ist obvious, aber hier ist kein fucking Kühlschrank, nirgendwo hier hinten, Musikraum wo kaum, ne da hinten, ne, ich habe, oh, ich habe keine Ahnung Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank ich überlege gerade, alle Räume die ich kenne, aber ich wüsste keinen Raum wo Kühlschrank ist fuck, ey oh komm, es muss doch irgendwo hier oben sein, es kann nicht so weit weg sein äh, komisches Babyvieh, ey, ist auch creepy ist hier irgendwo was? das Ding ist creepy, ich traue mich nicht, ich kann nicht irgendwas mit mir machen eigentlich, nein oh fuck, wo, wohin auf jeden Fall nicht hier, ne mach das hier eigentlich irgendwas also irgendwas oh, kann ich hier nicht reinlaufen äh da hier scheißvieh irgendwas, irgendwas machen wow ok, ich bin ein bisschen über vordergrad ich muss irgendwo im Kühlschrank, wenn ich muss ja, ich gucke hier einfach weiter rum irgendwo wird ja wohl einer sein da nicht ok, nicht in der Etage und der drunter da auch nicht, oder? oh fuck, Leute ich hab keine Ahnung ich schau mir einfach rum hier aber auch nicht da hinten ist der Musikraum, stimmt's? ich bin gerade ein bisschen verwirrt es muss irgendwo ganz unten sein ich weiß gar nicht mehr was ganz unten für Räume waren, aber anschein muss da halt irgendwo ein fucking Kühlschrank sein fucking Kühlschrank uh, hier lang kann ich aufmachen hallo? kannst du angehen? ich sehe irgendwo was ist das ein Kühlschrank? das ist ein Kühlschrank das sieht aus wie ein Kühlschrank das ist kein Kühlschrank ok oh fucking K die Musik ist für mich nicht verstören die kann bitte aufhören kann das hier bitte nicht so dunkel sein drin wo ist denn hier da hinten ist Licht hier ist auch kein Kühlschrank glaube ich ah fuck ey wie soll ich den finden? auf danke oh fuck, Freunde ist locked fuck, wo sind wir? ok, hier ist das ein Kühlschrank? äh, ist auch keiner da drin ich sehe es komm schon spiel tu mir das nicht an ich rauch's nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht da ist Notiz naja immerhin nicht besser nehm mal mit treasure hunting äh warte, da wagen was wichtiges glaube ich wo war's denn? treasure hunting ach ja, das ist mir eine CD ich glaube, das habe ich hier schon ausgefunden ja, aber den Kühlschrank nein keine Ahnung keine ja, lauf halt gegen lauf halt gegen komm, ich laufe es nochmal um so Leute, wirklich ich rauch's nicht ich weiß nicht, wo ein Kühlschrank sein soll das ist ja kein Kühlschrank, das Ding oder so weint, ich hab's doch jetzt grad heiß gemacht, ne? jeden Morgen cool, ne Fridge ja, ich brauch wirklich ich brauch nur ein Kühlschrank ist das hier noch? nein ok, ich guck nochmal es stand doch irgendwo, wo das Ding ist tch watchman's room wo ist watchman's room? ich hab keine Ahnung im alten Gebiet vielleicht ne, oder? oder, war unten noch was? hier muss der sein ach, hier sind ja auch noch massenhaft Räume ist das hier watchman's room? da muss er eigentlich hier oben dran stehen, oder? medical room night watchman's room aah ok guck mal zu so warum ist nicht da rausgegangen? hallo hallo hallo, hallo es ist ja dunkel hier macht er nicht? cool Claydol ok, wieder wieder unter Feuer muss das Ding ich weiß nicht, was mir das bringt aber ich mach's einfach irgendwas wird's mir ja bringen ich glaub ganz oben war das wieder, ne? das Feuerding war hier soweit ich weiß oder? äh, richtig? nein, noch eins weiter oben ok ziemlich fucking weird, der paar komisches Monster-Baby asiatische Spiele, ihr macht was ihr wollt ist mir egal, ihr macht was ihr wollt und ich spiel mit äh, das Maul äh, okay ich hoffe mal, dass man hier nicht verlieren kann und das Ding einfach ewig weitermacht so du, du machst da, ich mach hier meine Puppe und du machst weiter nach der Merge du willst Milch, Milch willst ich hab Milch, willst du Milch haben? äh, hier, Milch hab ich ganz ich hab keine Milch, oder? ne, ich hab nur ne 8k, tut mir leid, aber ich hoffe es geht auch cool, Claydor ach, ich hab's nicht eingemacht ich bin noch Trottel hätt er ewig warten können ah, genius ruptet so und danach muss es unter Wasser, stimmt's? glaub ich so, ich hoffe mal, dass da nicht irgendwas komisches passiert mit diesem riesigen, komischen Baby hier drin heal the cradle heal it again put another tap so, dann müssen wir es jetzt um das Wasserding machen, stimmt's? das hier war? ja, nein wieder nach unten dankeschön, Spiel, lass mich noch mehr rumrennen irgendwann kriegen wir es hin irgendwann kriegen wir es hin wahrscheinlich sogar jetzt, hoffe ich mal hallo, kannst du jetzt bitte da drunter machen? hallo, äh nein, nicht, nein äh, nicht, das ist nicht richtig ok, ich will das ah, hier, ok jetzt das ist jetzt richtig jetzt möchte ich das Ding wahrscheinlich da hinlegen, stimmt's? Marvel, da muss ich ihr wahrscheinlich das Ding geben das Baby will eure Mutter haben das Mutterkind, ey das war recht on call so nee, gar nicht ich muss noch weiter hoch, stimmt's? oder? nein zum Glück habe ich unendlich Zeit sonst hätte ich schon sehr verkackt wirklich sehr verkackt wirklich sehr verkackt ich sag's einfach mal soll ich jetzt in die Hand geben, oder? nein, ich soll's hier hin machen wow ok, wohin denn damit? was soll ich damit machen? will ich sie geben? willst du die ah, dankeschön das ist komisch das ist komisch what the fuck ok 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 fucking normal fucking normal nix zu tun für mich hier passiert immer an der Schule also wenn ich an der Schule wäre, würde ich die Schule wahrscheinlich schwänzen, weil die ist nicht so gut ich nehme jetzt mal dieses Ding in die Hand, dann haben wir so schnell das Kapitel auch gepackt, ne? das wär fett das wär sehr fett deswegen speichern wir jetzt erstmal ich weiß nicht mal wo die ganzen Speicherpunkten waren ich hoffe mal hier ist einer fifty fifty Chance fuck natürlich nicht warte mal ah ne, eins weiter unten glaub ich stimmt's? ja, hier ok hier können wir speichern, stimmt's? ja bbbbbbbbbbbobbbbbb": nicht so frech mein Freundchen vors mich da durch dankeschön im speichern ja wir speichern so das heißt der part hier wird leider müssen kürzer sein aber ich würde sagen dann machen wir einen cut weil hier habe ich genau diesen part fertig und das heißt wir sehen uns mindestens mal wieder leute euer corrupted bis dahin und ich hoffe euch hat der part gefallen bye bye heim und herzlich willkommen zu incendi.exe und ok das ist eben schon passiert ich dachte dass wir random aber es scheint schon jedes mal passiert wenn ich irgendwo gegen fliege ich hatte eben ein paar probleme das ding aufzunehmen aber das spiel hat sich der quoten der linie gewünscht hat gesagt dass es relativ creepy sein sollten das sieht der anderen typ